Der Impfstoff ist ein Silberstreif an dem durch Corona verdunkelten Horizont, erklärt der 75-jährige Kardinal am Freitag. Ich bin aufgrund meiner Vorerkrankungen und meines Alters besonders dankbar für diese Möglichkeit. Ich lasse mich auch impfen aus Verantwortung für die Gesundheit und das Wohlergehen der anderen. Bisher haben mehr als 6.000 Personen in Alters- und Pflegeheimen bzw. Personal auf Covid-19-Stationen die Vakzine erhalten, berichtet Gesundheitsminister Anschober bereits gestern. Die bisherigen Rückmeldungen der in Österreich gegen Covid geimpften Personen in Sachen Verträglichkeit sind sehr positiv. Das lässt Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Silvestertag per Aussendung wissen. Ehrliche Information, Aufklärung und Transparenz sind die wichtigsten Grundlagen für eine Impfentscheidung. Daher will Anschober jede Woche ein Update darüber geben, wie es den bisher geimpften Menschen geht. Jede Impfung kann, so der Minister, leichte Nebenwirkungen haben. Eine Rötung, eine leichte Schwellung, leichtes Fieber, ein leichter Schmerz bei der Einstichstelle. Diese sollten über ein bis zwei Tage nicht hinausgehen. Sollte das aber der Fall sein, ist es besonders wichtig, dass Nebenwirkungen von Impfstoffen gemeldet und bewertet werden. Dadurch kann auch nach der Zulassung das jeweilige Nutzen-Risiko-Verhältnis kontinuierlich und umfassend weiter bewertet werden. Das ist richtig wichtig, dass von der Zulassung der Zul epidemiologisierung sowohl kann. Das ist ziemlich wichtig, dass du CADDů-Isferien unter den Zugpomnien durchfassend hat.